hallo und herzlich willkommen zu let's play together terraria heute mal heute mal alleine auf dem server den star habe ich trotzdem dabei und ja da würde ich sagen legen wir mal los arschloch gut ihr habt es ist beziehungsweise es hat einer geschrieben ich soll den minheim kaufen mit dem geld in meiner anderen will doch kaufen ein auch legen gehen an und sind trotzdem noch vollspul aus gut das ist eine lüge die klappe ich habe ein schaden weniger bekommen weil du mich auch weil du mich aufgehalten hast ja okay was machen heute planlos mal eine höhle gehen oder das haus weiterbauen um also zwei räume hätten wir noch um ja ich würde sagen dass man eine höhle gut ich habe ein boomerang großen boomerang boomerang die mich haben die mich an die mich an die mich an die mich haben kannst du haben die so feile verkauf ich und bloß dich brauchen wir close x ja schon verhofft wenn überhaupt ich meine gut mit romano gar nicht mehr stimmt ja kannst du so was kann ich noch verkaufen ist ein stern verkaufen ist da ich verkauf dich jetzt noch es ist ein körper und ich verkauf ihn das war die kisten hier kriegst du holz da ist ein stern apropos der stück in die tausend zwei sterne schön für dich da sind drei sterne für dich in den vier wo es nicht gilt ich habe jetzt vier sterne von ruhig die geil ist das denn da ich lieg grad alles ich lieg sogar kisten in die kiste was sehr viel sinn hat meiner meinung nach das ist das liefnis so kommen wird jetzt weg ist weggehext axt brauche ich nicht nach welchen gut das kann so lassen das wird trotzdem mal mitnehmen gut dann brauchen wir noch eine geldkiste naxt wozu denn mehr gut gehört zum standardickel fast recht gut letztes nein hast du kommst nicht in die wohnung ein scheiße blaues team und so ne blaues team und so so würde ich sagen bringt man das mal das bringt doch einiges holler die waldweh hast du jetzt getrunken swiftness potion hopp überhol mich doch what the fuck schnell komme ich gar nicht hinterher und gucken bitte in der richtung weiter richtung scheißegal wir gehen jetzt daran da machen pappels auf nee hier gibt es aber das death lead todesgras nicht wie das gras zum rauchen sondern todesgras halt und stars lieblingsbrüder ohne kiste was haben wir drin klostext kreiner jetzt heilpotions und nützdrang es war nicht so voll falsch man naja wir haben noch eine kiste gefunden sind doch gut soll man so eine hülle gehen und versuchen so ein ding zur zeit der bank nein jetzt kommen andere richtung angesagt gut dann geht so weiter und benutzen spiegel wir haben jetzt mal punkt der spiegel kostet der mann wie man jetzt mittlerweile gesehen hat geld habe ich kann man ja nass dankeschön dass du mich gehalten hast ich was verkaufen brauchen wir granaten dynamit wäre nicht schlecht haben wir das geld für nee kann ich bomben kaufen eine immerhin eine bombe ich habe hier eindrucksvoll in der letzten folge dass halbaut die hälfte vom haus weg gesprengt junge was du sehr gut gemacht hat ein muss noch mal erwähnen das night all pushen nervt ich will also da ich jetzt habe ich noch diese blume nehmen natürlich mit wo bist du hallo play sie spielt team fortress jetzt muss ich offline stellen so da geht es auch sofort weiter wer es wissen will blazy gamers auch ein lpa schleichwerbung noch eine blume von uns die blumen nicht mit na ich habe nicht so den grünen daumen ich auch nicht da war ja noch ein dings davor das noch einer auch ja das kupfer warum man nicht doch braun war scheiß drauf wir haben jetzt beide minen hellen dann ist das jetzt warum ist die licht hier waren wir schon und hoch sicher oder hast du die fackel dahingestellt ne das was aber nicht in du nein iron skin potion doch ich könnte drauf wettel dass du das vor weil wir hatten hier noch keine dungeon expedition stünder war das wahrscheinlich schätzt sich über alles in der höhle reingekommen auch nicht dann im endeffekt nur noch sturzschaden krieg und keine fackeln mehr hatte ich weiß es nicht mehr ist schon zu lange her da war ich habe ja so noch dabei du hast die nirgendwo vogel ja ich bin doch egal ach da geht es lang ach ist das angenehm mit ne mine ach ne können wir die stelle nicht irgendwo her du kannst ruhig anfangen mach du die hintere ja 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 oh ey das glaube ich jetzt nicht geh mal weg da oh god star toll das hat sie voll gebracht die bombe ne super du bist mein held du bist doch ein arsch ich habe irgendwie das gefühl hier geht es nicht lang doch glaube ich schon da unten flimmert was ne ah das ist wahrscheinlich blinkroot das ist eine pflanze mit der kann man potion machen die blinkt wie man sieht und die nehmen wir mit aua aua kupfer ich habe kupfer will will ich was ist meins oh kollege oh eisen ah ich muss erstmal ganz kurz mein inventar aufräumen hast du nicht alles abgelegt nee der kollege ist da immer nur müll dabei warum stellst du fucken warum stellst du fucken weil du meinen Helm hast hallo ich höre kollege burm ja ich auch ach ich hasse ihn alter star wars kann man jetzt preordern komm mal her ihr schwabbelbacken wieso habe ich schon wieder claustics bekommen wo haben die die zölle drin stecken oh mensch komm lass uns spiegel mal in der leiste drinnen hoffnungsweise oh eisen silber feld im fenstermodus ist es so ungewohnt zocken tja ja ich bin im fenstermodus weil er aufpassen muss wegen family verstehe ich bei mir ist es man ist man es ja schon gewohnt wenn da einfach mal die tür des todes aufgeht tja da stellst du keine tür habe es ist halt auch mach noch die tür zu ho 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 oh eine goldene kiste ok wir haben hier drinnen jester's error hast du einen bogen dabei ja dann kriegst du hier feile dann haben wir drinnen 16 bomben hier kriegst du steine dann haben wir drinnen hier kriegst du feile dann kriegst du hier hast du feile dann kriegst du hier swiftness portion kriegst du eins den will ich jetzt nehmen rackeln geld und die kist an sich ich denke jetzt was von iron skin ja das ist schon ungewohnt so schnell ne feilen ich versuche jetzt mal noch ins da ein bisschen zu ärgern warum keine ahnung aber mich mich juckt's im bein hier kriegst du eine bombe ey guck mal da unten ist silber habe ich dir nicht perfekt geworfen oh man wie ich jetzt möchte ich eine ausrede suchen das super geworfen hier bekommt den ey ich bekomme den ja da war magic drin wette das war so klar was ist das denn waterwalking potion muss ich gleich mal ausprobieren was das kraftations potion wo man den grünen 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 die kurzen wir machen ja auch noch ja auch noch und jetzt ja muss ich auch sagen ich weiß nicht wie das funktioniert ich weiß nicht der stadt war irgendwie hoch runter als symbol weiß nicht ob ich da nach oben musste ja ich kann auch nicht alles wissen das war natürlich immer kräftig giftpuder machen kräftig verhütten ein silber short sport ne gibt nix da blinkt was das ist blinkrude sondern setzt man ja wieder alles in die scheißer fickten kisten rein ja ich weiß das wird aufgeräumt von star dann haben wir hier noch kopf war hier noch blink rot wie viel scheiße sich hier mal ansammelt warum gibt es hier nicht irgendwie kürzlich über ein kopf so einfach schrift links klickt dass die scheiße hier da liegt hey ich hab mir gefunden hey noch nicht auf jeden moment das ist schon aufgehoben aber noch nicht benutzt gut die 200er potions brauchen wir noch nicht bei 140 leben das ziehe ich jetzt auch mal in die kiste das ist eigentlich akzeptabel waterwalking potions sich auch mal ausprobieren was macht das auch ein pilz mitnehmen wenn wir da schön und munter fröhlich pilze gefressen aber ich bin unten also ich schwarz hier auf dich und so ja du wirst jetzt erscheinen sie wieder sterben so wie es na 5 oder 6 folge auch war was war ich in der höhle und du warte ich komme ich sehe jetzt schon die kommentare oh lol graduations portion btf weiß ich ja wie das funktioniert muss ich das wissen eigentlich schon ich hab das nie benutzt weiß ja auch nicht als auf einmal fast alles gut gelogen mein freund gut gelogen dann hätten das rock waterwalk 4 minuten 5 das ist jetzt mal probieren oder nee warte ich hoffe ich bleibs da bin es gibt auch mittlerweile jetzt in jeder welt ein dschungel oberwelt dschungel auch da wenigstens sieht man jetzt was wenn man dann rumläuft und wehe du rennst wieder durchs gestrückt mit einer fackel das ist auch in der fall und sterbe aber mittlerweile sagt nee quatsch ist ja egal haha du warte ich bin gleich da ich komme ich komme mit rasender geschwindigkeit hier seisen nicht natürlich mit noch ich war immer noch auf dich nur nebenbei das noch ein eisend mitnehmen gut ich komme wo müssen wir jetzt sagen da ach ja am sand vorbei da war ja was gute alte 8 bit musik i love it 8 bit for the win denn für acht mit dem nie war es 8 oder 16 ähm chocolate rain ach gott chocolate rain chocolate rain so glaube ich 16 oder das kupfer oh maß willst du es haben äh warte noch je nachdem wie du magst erst mal wo bist du weiter oben ja hättest du die äh ach weiß was batman ja du willst doch hier ne rüstung haben nicht ich doch ich auch aha jungen das aber viel kupfer hochjungen manchmal erst mal eine brust rüstung ach die wollte das da nicht haben ach verdammt wo man da jetzt hier ist erstmal 91 kupfer für mich allein h333 wum wumi wumi kommt oh gott wo hast du das herz hast du es schon noch nicht eingenommen dann werden wir aus ich habe nicht auch eins bei der macht von herz das ist geil so wird hier immer mehr man glaubt es kaum ey was ist das denn nach rechts ach das ist demolitor ne das dämonen eisender alter batman das das was machst du kann ich das jetzt überhaupt schon abbauen das ist es nicht so ich kann es natürlich nicht abbauen wenn wir zu zweit drauf hauen das geht nicht mir fällt ey da ist silber da ist silber was will ich haben shhhh shhhh da oben ist eisen ach du Schande oh was ist das denn ach Saphir oh hallo Mr. Slime du bist so ein penner ne hab ich schon mal gesagt du bist so ein penner nein gut du bist ein penner oh her ey ich hab ein goldfisch aber wie hast du ihn gefangen wenn er stirbt kannst du ihn einsammeln und laut laut guter quelle die ich kenne kannst du die goldfische inseln fressen essen 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 muss nicht warten also den usern ja ja so oben haben wir ein luftloch weg da what the fuck sind da steine ja aber mir geht die luft aus ja oben guck mal was da steine sind ja dann go 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 ne äh 13 14 sollen wir die verkaufen oder weg da geh mal weg oh gott äh ich brauch luft ich auch fuck und ich falle ich da geht's rein Star komm ja ein bisschen noch ja schön schön dass wir das hier direkt wieder fluten naja einigermaßen ne naja einigermaßen ne warte mal da unten ist ne Höhle ich buddle mal hin ne jetzt nach rechts da wollen wir ja auch hin oder ja mir geht die luft aus 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 weiter siehst du sie schon lass mal die bledermaus spülen sch sch jetzt zu mir du misst viel uah da ist gold gut wow was der hell komm da musst du jetzt endlich mal ne goldhacke für einen von uns rausspringen ähm ich äh und ich würd sagen die kriegt dann äh ich nicht nein wir würfeln drum wir würfeln von 1 bis 100 du hast verloren ach ist es wahr oh gar nicht von 1 bis 100 ja ja toll jetzt hab ich natürlich nicht gesehen Sonnen geht weiter ja warn mich nicht vor nein ich hab auch mal dieses unter Wasser atmen Potion da geholt unter Wasser atmen haben wir gar nicht das ist to walk on water da gibt doch noch eins unter Wasser atmen ja mach's nur wieder links ich rechts und dann baue ich runter und brauchst du so oh Junge unten ich hab jetzt erstmal auf oben gezogen alter hier geht ja nirgends wo lang immer nur so pipi pipi oh ein Herz für mich naja ich komm nicht hin egal yay ey wie viel Material ihr sind ich find's nice natürlich ist es geil oh ich sah auch noch Gold what the fuck ist hier Gold das ist auch gut dass man eine neue Welt angefangen hat ja jetzt so langsam passt das ja das Haus ist auch noch ein bisschen winzig ne ja das wird definitiv noch vergrößert habe ich ja schon gesagt ja das ist aus dem Penis oder oben sind kristalle wo geht's denn hier lang ich will wissen wo wir jetzt lang können das ist ätzend ätzend genau die Bombe führt uns zum Ziel siehst du sie hat uns zum Ziel geführt ja gut ja sie ist abgeprallt als dachte boah alter ich will ja nicht sagen aber hier ist einiges an Gold ne das gefällt mir ich brauch so langsamer Luft hast du was gefunden ja was die Riesenpilze jetzt ernsthaft jo komm mal zurück oh Junge komm mal zurück da war noch ein Haufen Silber dann gehen wir zu den Pilzen was da ja warum mag ich das gerade nicht ach weißt du warte komm was soll der Geiz geht doch viel schneller hm ich brauche mir mal einen Fluchtweg weil hier wird es jetzt gar nass ich brauche mir mal einen Fluchtweg weil hier wird es jetzt gar nass ich bin ich bin ein langhaariger Bombenleger ich bin ein langhaariger Bombenleger habe ich das Gefühl hm 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 PILZE troau gen geh weg das Skelett hmhm necker Pilze gut dass ich die Axt mitgenommen habe ne wie gut und ich habe keinen Inventarplatz mehr frei ne hilf mir mal bitte ja wie denn ich hab nichts frei ja Alter, ich hab den Scheiß gelettet da weg Boom in dein Gesicht so du brauchst auch noch ein Herz ey die blaue ich bin fast dazu verneigt die blaue Erde mitzunehmen und das geht ja nicht das war dann sehr ganz kurz ich muss hier ganz kurz überflüssiges Zeitlos werden, tut mir leid so ich muss ich töte es erstmal Goldfisch essen die kommen da weg was brauche ich jetzt nicht was brauche ich nicht brauche ich nicht ich sehe schon wieder Gold ne ist es wahr ne gut das sind wir nicht brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht brauchst du ne hä? dein Kopf brauchst du aber ne äh was brauchst du sonst nicht da brauche ich nicht Holz brauche ich und macht sowieso um das Haus zu machen Gott ist der wieder sein Arsch hierher bewegt ne ich habe eine ganze Höhle abgebaut bin noch da bin noch da auch wenn ich frag mich was passiert wenn Terraria keinen einzigen Block mehr gibt also wenn du alle Blöcke hast neue Welt ne was passiert denn da da fällt es ins ewige Nix hm ne das ist schon irgendwie cool ne du stellst mich grad vor an ich doch nicht ja rein spontan ist die Frage gekommen ey war mir da nicht schon weiß nicht ja machen wir wir müssen andersrum nicht ohne das Kupfer da unten geht's lang mach ich schnell erstmal hier ein Loch rein mach du auf ich mach hier zu hm klasse ja geil ja weißt du was das Wasser gibt mir die Quartiere ich auf den Sack soll das dann mal jetzt hochbuddeln dann lass da neben dran runter ohne Wasser so der Paar ist auch gleich rum hui singen die Leute Och mein wie sollt ihr mich jetzt drin erinnert meee so schön vollbild ne cool lass mal nach unten moddeln schnurstrack ok ok aaaah das kann er wieder werden ja oh da unten sehe ich einen schlimmen nicht ne goldene Kiste wenig cloud in der bottle thorns fusion hier kannst du haben hier kriegst du Pfeile ja man du weißt das in mir ist ne was cloud in der bottle nein ok wir fragen in die runde wenn ihr wollt dass da eine wolke kriegt aus seiner welt oder meiner wort er war mal allgemein ob er auch eine wolke kriegt nein das machen wir nicht das machen wir nicht so das machen wir nicht so ok aber schreibt zwar trotzdem was würdet ihr sagen hat der eine wolke verdient oder nicht hallo ich hab das ganze haus alleine gebaut das ist eine lüge so da würde ich sagen du kannst mal weiter buddeln ich mache ja eben mal partende ne oh nein jetzt hat er gut die tür des schreckens gut dann machen wir jetzt mal partend bis dann star hast du auch noch was star ja immer noch sagst du auch noch was der part läuft noch ja nein ich fühl mich hier gerade irgendwie total unsicher hihihi ja nein batman scheiße oh oh wenn du da jetzt so batman fehlt mich gerade der täuscht wie dem partband und du wirfst du mit bomben rum alter ok ok tschüss und so ähm gut bis zum nächsten part jetzt endgültig ja